Ne, warum? So kann man schnell die Fische fangen Ich hab nen Hut Da steht dir gut Haben wir jetzt mal nen echten Hut gemacht Warte mal, kann ich noch zwei attacken? Einmal Kart, wie konnte man die denn so nochmal öffnen? Weiß ich gar nicht Stomp 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 HIT Kommt her Ok, einen hab ich gefangen Kommt alle in den DINGEN Jede Scheiße Langsam hilft die doch Ok, den zweiten hab ich auch gefangen Ja Ja, dann machen wir, cut mal gleich nochmal kurz eben Lalalala Du musst den vielleicht mal kurz disconnecten oder so Hm Einmal, zweimal Ah, so kann man ne geil Frösche jagen Machen wir kurz disconnect Ja, mach das mal Oh, die Scheiße steht überall noch rum Ja, dann beende mal komplett Ja, ich lass auf nochmal verlaufen Alles drauf Haha, sie sehen ja zum Glück nichts dahinter Sie sehen ja immer nur Das Spiel Ja, das ist ja dann blöd Ja, das ist ja dann blöd Nicht, dass das durch deinen Nicht, dass du bei OBS irgendwas geklickt hast Nö, nö Ähm Ist ja natürlich ja blöd Ähm Ist ja natürlich ja blöd Da Vorschenkel Auflaken Ich muss das Bild ganz kurz mal weg machen Sonst sehen die das Passwort Oh Ach ne, sind sie doch nicht Ach gut Ach, weht die Elf die Fotze Was denn? Ja Ja Ja, was macht er denn? Hat er dich angeschrieben oder was? Ja, was macht er wohl? Wie du konntest im Game joinen? Ja Oh, dieser Spasti Soll aufhören damit Was macht er denn? Schreib dich per Handy an oder was? Überall Wo schreibt er mich wohl an? Steam Ja Ich hab das ausgeschaltet, den Sound Ich hab hier so ne leuchtende Kugel grad Okay Ich muss fix zurück Oh, das muss ich noch einsammeln Ich will das einsammeln Und nochmal Da hab ich hier so ne leuchtende Kugel, wo ich gechanne bin Ah, nicht Basti, ne Vor allem seh ich auch gar nicht, wie dunkel das grad ist So ist ja noch gar nicht So ist ja noch gar nicht Ich konnte, konnte joinen, weil ich Man muss wirklich Große und Kleinschreiber beachten Das hatte ich ja mal gesagt Probier mal mit Große und Kleinschreiber richtig Ich hab nicht gesagt Ich hab gesagt Große, Safe, alles andere klein Oh, wo muss ich hin? Oh, dummes Schwein Komm schon, das schaffe ich doch Bestimmt noch in der Dämmerung Da ist die Killerbiene Das ist schon mal gut Das ist ein gutes Zeichen, dass man da irgendwo hin muss Mach das Lagerfeuer an Nö Habe ich das schon mal an Super Oh, Hängefleisch Hey du Arsch Na, ich will doch hier wieder Froschschenkel dran Ja, mach mal Äh Essen, 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 Essen Kochen Essen, 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 Essen Kochen Hey So Einen tue ich dir wieder oben rein Einen Trockenfleisch Da kannst du jetzt eins rausnehmen Hier Santos Ja So Dann koche ich mir das gleich das nächste Essen Machen wir Machen wir So Mit einem Froschschenkel Froschschenkel So Hier oben tue ich dein Essen jetzt rein Und leck So Dein Essen kocht die oben wieder drin Ja Lass das da mal kochen Muss ich schnell Meine Herzen wieder auffüllen Wir brauchen eigentlich mehr von diesen Teilen zum Fleisch machen Zum Fleisch hinhängen oder was? Ja Na mach doch Dann mach dir doch welche Wie gehen die überhaupt? Weiß ich nicht Ja, Dwayne Dwayne Station Die ist bei Survival Ne gar nicht Beim Lager Ne Wann die denn? Ach beim Food Ja beim Food sind die Zwei Wobes und zweimal Holzkohle Ich glaube Holzkohle haben wir noch Ja Holzkohle haben wir noch welche Wir brauchen Wobes Musst du mal gucken Ich glaube Wobes haben wir noch Warum machst du eigentlich noch keine Basic Farm? Weil ich dann nicht Warum wolltest du gleich eine große machen? Eine große gibt es noch gar nicht oder? Ja eine große wäre schon gut ne? Warte mal Wir haben aber nur drei Kacke Kacke Eisbox Da gibt es doch eine Eisbox Zwei Golden Brett und ein Äh Muss man hier stehen glaube ich ne? Ja und man kann eine Eisbox herstellen Siehst du? Wurde bei Food oder was? Ja immer bei Food gucken Eisbox Wir haben ein Zahnrad Holzbretter sollten nicht schwer zu machen sein Und Gold haben wir auch Ja Gold habe ich massenweise letztens geholt So Das waren Zahnräder Wo waren die denn jetzt? Dann können wir nicht gleich zwei Stück machen Zwei Zahnräder Dann einmal Bam So mal eben Ach ne das kann ich Falsch Natürlich doch So ich muss mal weiter essen suchen Wollen wir das wir Genug zu essen haben Ähm Gut Da Einmal Wo stellen wir die denn hin? Hier oben einfach Einmal Das ist einfach nur ein Kühlschrank Hm Und noch eine Oh ein Kaninchen Oh drei Kaninchen Set the trap Wie viel passt denn da rein? Wann ich Auch Neun Plätze Na gut aber immerhin Können wir gleich das ersten rein tun Ah Wann hält das auch länger Ich weiß es gar nicht wenn du da bist Ob es ein Rabbit Farm gab Ich weiß es nicht Muss ich mal gleich gucken Guck mal jetzt nicht Keine Lust Hör ab Vogel Das ist mein Samen Ich hab mittlerweile 40 Samen bei mir Ich tu den Honig da rein Ich tu die Tees da rein Die wir auch gebrauchen können Aber für die Vögel Das ist mein Trocknete Fleisch Ich hab immer noch so viel Mist bei mir Oh ein roter Pilz Den mag ich aber nicht Den geb ich den Schweinen Blaue und grüne Pilze bringen Dein Gehirn auf Trab Naja Ungekocht ne Ne gekocht Ja Ja Und Blumen sammeln wie gesagt Mach immer Ja Und dieses Trockenfleisch Ja Mach mal Mhm Ich war ja nicht tatenlos wieder im Spiel Musste mich ja wieder fix Informationen rauspicken Ja Hast du? Gibt bestimmt ne Rabbit Farm Da bin ich gestorben Da bin ich gestorben Da lagen noch Sachen rum Wo ich gestorben bin Ei Aufsammeln Hab ich grad gemacht Wir müssen endlich die Scheiß Küche finden Welche? Ja Und genug Scheiße davon kriegen Ja die Kühe Ja Ich weiß nicht wo Buffaloes oder wie die Viecher heißen Aber mich ist hier ja mit diesen Killerbeennässern ne Oh ja Aber die kriegen wir auch noch fertig Ja Ok Ich hab zu wenig Stein glaub ich mit um ein fettes Lagerfeuer zu bauen Ja Haben wir doch Ich will eins oben halb noch bauen Ja Alter weil ich jetzt Ein paar Tage Unterwegs sein will Hm Und jetzt nicht immer Losgehen Will alles nach hause ablegen Däm 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 Da ist das weg Oh die Sonne geht wieder runter Ja Ich hab noch ne Fackel bei mir Ähm Was sammelst du gerade? Hm? Was willst du grad sammeln? Ich renne hier rum Guck Erkunde ein bisschen Ja dann sammeln Wenn du Sammeln dieses komische Gras mit Am besten mit ein Sammeln eben bald Seeds und so Wenn wir ne Farm haben Damit wir so paar Betten machen können Ja Ja ich hab 40 Seeds bei mir Ja Mhm 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 Mhm